Die Hauptverhandlung wird in Abwesenheit der Angeklagten fortgesetzt. Begründung, die Angeklagten sind. Ich habe mal die Stellungnahme gehabt, du Schwein! Ich werde jetzt in der Begründung fortfahren. Ich habe doch ganz klar, dass Sie jetzt hier mit äußerster Brutalität vorgeben müssen. Rühe mich schlecht an! Abführen den Wader. Meine Kopf zwischen die Beine, Mann! Ein Rast abführen. Jetzt liegen die Gutachten vor und jetzt wollen Sie die Angeklagten ausschließen, weil sie verhandlungsunfähig sind. Das ist einfach ungeheuerlich. Herr Rechtsanwalt, Herr Rechtsanwalt, Sie werden nicht verhindern können, dass wir die Entscheidung begründen. Sie werden nur beweisen können, dass Sie mal nie anhand werden können. Ich stelle fest, dass das ein Richter ist, dessen Beschäftigung ist, ist die Reihen hier zu lüten. Die Angeklagten ins Regen abführen. Sieben Jahre hielten sie die Bundesrepublik in Atem. 1975 wurde in der Prozess gemacht.